Parallax, InterfD, Arad, Game Studios, Pieces, Detektor. Wir machen Magica weiter, wir haben ja früher mal Magica gespielt, vor etwa einem Jahr oder eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, irgendwie so in dem Dreh und unser Ziel ist es ja jetzt, wir haben damals das Abenteuer durchgespielt und jetzt wollten wir uns mal irgendwann in die Vietnam Rettungsmission wagen. Das ist die Frage, ist das nur eine Mission oder so? Ich hoffe es sind mehrere, weil dann hätten wir auch tatsächlich die Chance ein wenig was zu machen und ein wenig längeres Projekt draus zu machen und wir sehen schon den Urwald. Supi, schöner Urwald. Ja, also wir müssen hier Munitionslager hochjagen und Gefangene befreien. Ja, okay, also Vlad fliegt schon mal wieder weg. Der hat keinen Bock auf uns, der verzieht sich gleich mal. Okay, wir sind also hier in Vietnam und da sind schon Leute, sind das Gegner oder sind das Verbündete? Ich glaube es sind Verbündete. Ich glaube wir müssen gegen die Vietnam Goblins campen. So, wir legen da einfach mal schon mal gleich Vollkanone rein. Und hier, dann gibt es für euch gleich ein bisschen zack zack Rabatz. Und ja, ey, kannst du mich hier auch in Ruhe lassen hier? Freundchen. So, dann wollte mich der da unten schon anfallen. So, ähm, ja. Oh, scheiße. Jetzt habe ich unsere eigenen Leute irgendwie auch. Alter, der hat aber auch ein geiles Gewehr, muss ich mal so sagen. Das hätte ich auch gerne. Aber der, ähm, naja, der wird uns jetzt erstmal ein bisschen begleiten. Wir nehmen uns mal... Ey, cool, wir können uns so ein Gewehr nehmen. Mosinagant. Okay. Okay. Äh, wir können damit so ein bisschen rumballern. Ist ja jetzt nicht so das Highlight. So, was gibt es denn eigentlich? Was haben wir denn für Waffen? Wiederbelebung. Wow. Wiederbelebung. Cool. Mehr können wir also nicht. Das ist natürlich wahnsinnig toll. Wahnsinnig viel. Was ist mit euch? Ihr wollt hier stehen bleiben oder wie? Kommt doch mit. Oh, na gut. So kann ich natürlich auch ein bisschen schießen. Ähm, naja, wir bleiben doch lieber bei meinen künstlerischen Fähigkeiten hier. Und, äh, machen die so dann platt. Und dann nehme ich mir auch lieber so ein, so ein Gewehr. Ähm, so ein Gewehr hier. AK47. Damit können wir bestimmt hier dann schön noch die Kiste kaputt machen oder so. Oder, äh, Tonne explodiert bestimmt. Schön, hoffentlich. Ja, Ölfass, na gut. Explosion ist übertrieben, ne? Bleibt ihr jetzt hier stehen hier? Wieso bleiben die denn jetzt hier stehen? Die sollen nicht hier stehen. Eine Rauchgranate und, äh, magisches Feuer. Oh, wir können Napalm machen. Reden. Wir können mit dem reden. Hallo. Die Lage ist absolut übel. Ü.B.B. Ja, okay. Na, was mehr sagst du? In dieser Dschungel ist ihm nicht geheuer? Es kribbelt auch ganz real. Ja, das stimmt. Und was macht ihr? Ich würde euch gerne... Also, ihr habt... Du hast so eine schöne, coole Waffe gehabt. Die hätte ich eigentlich ganz gerne. So eine M60 oder sowas. Das wäre ganz geil gewesen, wenn ich sowas hätte. Na, egal. Wir schlagen uns so durch. Und, äh... Oh, da... Wir sehen auch ein... Buch. Sehr schön. Ähm, dann gehen wir auch gleich mal dahin. Oh, da stehen schon welche. So, wir können Napalm erlernen. Das finde ich natürlich sehr geil. Und haste haben wir jetzt auch erlernt. Napalm ist Rauch, Erde, Dingsbums und zweimal Feuer. Ja, okay, dann bitteschön. Napalm, und, äh, wir müssen uns heilen. Wir müssen uns heilen. Okay, das ist jetzt die Rauchanforderung, oder wie? Hahaha. Wie geil ist das denn? Okay. Ist halt ein bisschen fies, ne? Schon ein bisschen fies, aber finde ich witzig. Ja, vor allem, wie er einfach mal mit dem Gewehr auch so, so locker von unterm Arm dann rumballert. Ist natürlich sehr geil. Hier, komm, Freunde. Ich mach euch ja so platt. Zzzzzz. Und du kriegst auch nochmal die volle Breitseite, ähm, inwiefern ich dich treffe natürlich. So, wenn ich gegen einzelne Gegner treffe, äh, kämpfe, ist das so natürlich ganz praktisch. So, gut, hör mal da. Hammer hier ist mal schön aufgerollt. Oh, was ist das für eine geile Waffe? Die sieht auch ein bisschen, die sieht auch nett aus. RPD. Ja, sehr schön. Nehmen wir mit. Oh, dann nochmal ein paar Fässer in die Luft jagen. Krawumm. Jo, oh, oh. Und wo führt uns der Weg hier lang? Hier, wir können, wir werden wahrscheinlich eher gekommen, oder so. Ah, nee. Oh, ich glaube, wir brauchen gleich wieder ein Napalmangriff. Ah, nee, Moment. Ähm, nein. Ich brauche erst Rauch. Dann das, dann Leben und dann zweimal Feuer. Freunde. Ihr ist, ihr könnt gar nichts machen. Alter. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen hier. Jetzt muss ich aber schnell aufpassen, dass ich mich wieder heile. Tschüss, Freunde. Tut mir leid für euch, aber irgendwie. Ja, war es das wohl. Oh, da hinten. Das Haus brennt auch schon gleich. Ja, wunderbar. Ich muss sagen, Napalm, ne? Halt. Wo kommt der her? Wo kommt ihr denn her? Was habt ihr denn gemacht hier? Ja. Nehmt das. Nehmt das. Nehmt das. Ihr presst und sterbt. Oder wie auch immer. Irgendwie. So. Ja, was mit dem Haus da ist. Das ist, das fackelt schön, aber keine Ahnung. Wollte nicht. Munitionslager lassen sich zerstören. Oh, Moment. Ich muss erst mal Shift und Tab drücken, damit ich das... Nein. Das wollte ich nicht. Äh. 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 Komma Shift und Tab. Ja. Ah, super. Munitionslager lassen sich leicht zerstören. Insofern mit Feuer. Okay. Kann ich jetzt... Wie mache ich? Ähm. Verdammt. Wie mache ich... Wie mache ich das weg? Wie mache ich das weg? Nein. Ah, jetzt ist es weg. Okay, toll. Insbesondere mit Feuer. So. Uuuuuh. Schön. Alles brennt, aber... Naja, das Ding ist eh schon kaputt. Da wird nicht mehr viel passieren. So, verstrichen. Zeit sind vier Minuten. Ich weiß nicht, was damit passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist. Was mit mir dann passiert. Aber, mhm. Ja. Wir laufen hier erstmal weiter. Hier liegen noch ein paar Waffen rum. Und wir gucken mal. Es scheint so, als hätten wir den ersten Kontrollfunk gleich rein. Oh, nee. Vielleicht kommen ja auch gleich wieder die nächsten Gegner. Hier ist noch ein Weg. Ah. Freunde. Eine Funkstation neutralisieren. Okay. Kein Problem für mich. Okay. Passt auf. Nimm das, Freunde. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Heilen. Ich muss mich 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 heilen. Na gut. Die anderen sind alle jetzt gerade draufgegangen. Ey. Ne, ey. Vergiss das. Alter, die mit den Raketen hier. Na, wartet. Hat der den Raketen hier einfach gedroppt? Ne. Ne, das ist, das ist eine ganz normale. Hm. Naja. Schade was. So. Wir machen jetzt erstmal da hin. Die Kiste kaputt. Bam. Und jetzt hoffe ich, dass ich nicht selber gleich Schaden kriege. Wenn, ah gut, das Feuer ist vorbei. Sehr schön. Dann werden wir wahrscheinlich die Fässer hier auch noch kaputt machen. Und dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir den Turm kaputt kriegen. Bam. Achso, der fällt schon von alleine. Okay. Umso besser. So, ich mach mir erstmal ein bisschen Feuer hier. Dann kann ich nämlich mal mit ein bisschen Hast durchlaufen hier. Geht das Ganze mal ein bisschen schneller. Lass mal mit den netten Herren hier reden. Na, dann okay. Wie viel Glück beim weiteren Vorrücken, sagt er mir. Das ist natürlich sehr nett. Ja, das ist. Wir werden... Ah, der sagt dasselbe. Der wartet auch hier und wartet auf weitere Befehle. Na gut. Von mir aus. Ich laufe auf jeden Fall weiter. Mir ist das Ganze hier ein bisschen zu waldig. Ich laufe weiter nach hier und kommen die nächsten. Nein, es gibt tatsächlich anscheinend Kontrollpunkte oder sowas. Äh, jedenfalls. Ja, müssen wir hier wohl durch. Irgendwie. Irgendwie hier durch. Höhöhöh. Ähm. Lade. Laden. Laden. Bildschirm. Bitte. Ladebildschirm. Wo ist der Ladebildschirm? Ah, okay. Ah, da sitzt auch schon wieder einer auf seinem Feld. Dich werde ich leider schon mal gleich erlegen müssen. Oh, da kommen aber schon wieder einige an hier. Na, Freunde. So ganz so wird es aber nicht. So leicht machen wir es hier nicht. Insbesondere dir nicht hier, mein Freund. Was willst du denn hier? Oh, der hat eine Mini. Ähm. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen heilen, bevor die uns hier umbringen. Ähm. Nehmt ihr mich für Lachs oder wie? Ah, warte, Freundchen. Pass auf. Hm. Ja. Hättest du wohl gern hier. Hättest du wohl irgendwas. So. Ähm. Dann muss ich erstmal hier die nehmen. Eine Matt 49. Ja, oder bleib ich lieber bei der hier? Ich glaube, ich bleib lieber bei der hier. Ah, guckt mal. Habe ich sogar schon ein paar hier anscheinend hinten erwischt, so. Nehmt das, Freunde. Äh, Freunde der Spielkultur. Ja, passt auf. Ihr werdet hier keine Chance haben gegen mich hier, Freunde. Ich hab schon mit ganz anderen, äh, Geschichten aufgenommen. Mit ganz anderen Leuten. So. Wir laufen mal hier lang. Okay, es geht also auch noch über die Felder. Mal sehen, wie weit es über die Felder geht. Oh, da ist schon wieder einer. Ah, wollt ihr mich hier verkohlen oder so? Oder wie auch immer? Weiß ich nicht. Hm. Verzieh dich. Ey, das gibt's doch nicht. Das Tutor läuft einfach wieder auf mich zu. So. Für dich gibt's volle Kanone. Breitseite. Boom. Oder ich schieße vorbei. Das kann natürlich auch sein. Okay. Aber wir probieren das nochmal. Ah, nein, nein. Das ist ja nur ein kleiner Stein gewesen hier. Wir probieren das Ganze nochmal. Boom. Song. So. Jetzt haben wir halt dich. Ja, ein fettes Katapult geschossen und dann ist er auch vorbei. Ähm. Wir gehen mal hier rum. Ah, da ist sogar noch einer. Also für dich gibt's auch einmal die... Oh. Verdammt, was hat der das denn? Hat der mich etwa getroffen? Hahaha. Jetzt sollte ich aber schnellstmöglich mich ein wenig heilen, bevor die mich alle hier fertig machen. Alter. Das gibt's doch gar nicht hier. Machen die mich hier echt fertig? Kann doch nicht wahr sein. Diese mickrigen Reisbauern. Die Reisbauern, geht mal dahin zurück, wo ihr herkommt. So. So. Komm, mir haben wir so ein paar Reisbauern angescheißert. Okay. Ich glaube mal, ich muss weiter nach hier. Boom. Song. So, den haben wir auch. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich mit ein paar anderen Zaubern etwas einfacher gehen. Vor allem mein, mein, äh, äh, stimmt, der Rauchblitz und Arkanzauber hier, ne? Da sollte er sowieso die 0,1 umsemmeln. Ja. Den kann ich ja auch noch. Hahaha. Irgendwie halb dies. Da, 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 aber die Musik ist ja sehr, sehr schön hier. Sehr, sehr schön. Ach, Freundchen, was willst du denn da hinten? Boing. Tschüss. So. Ich glaube, was wollte, was wollte der denn? Oh. Oh. Okay. Da sollte ich ein bisschen was anderes mir einfallen lassen. So. Ja, der hat, der hat mir eine coole Dingsbums gedauert. Oh, 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 oh. Da muss ich auch, den muss ich auch hier am besten möglichst schnell umliegen. Bevor der irgendwie aufmuckt. Ja, schade, den erfischen wir da nicht. Ach, doch, cool. Wir haben da irgendwas gerade kaputt gemacht. Na, wartet. Nehmt das hier. Nehmt das. Okay. Ich glaube, wir brauchen... Wir brauchen einen Napalmangriff. Okay. Auf sie. Auf sie. Schieß. Napalm. Kabumm. Sehr schön. Hat doch geklappt. So sehe ich das gerne. Und das Haus dahinter... Oh, 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 oh. Nein. Ich möchte mich abkühlen. Ich möchte mich doch mal abkühlen. So, da drüben das Haus. Das möchte ich irgendwie in Brand stecken. Geht das? Anscheinend nicht. So, jetzt will ich aber erstmal hier gucken, was wir da mitmachen. Ja, sehr schön. Sowas will ich sehen. Sowas will ich sehen. Ja. Okay. Na gut, dann muss er erst nachladen anscheinend. So, hier aber nochmal schön. Ja, das habe ich, glaube ich, ganz gut kaputt gekriegt. Hier sind auch noch Fässer. Zabumm. Ach, meine Güte. Da muss ich so viel kaputt machen. Ähm. Ey. Wer schießt da? Wer ist da? Wer schießt da? Irrer. Bumm. So. Ich glaube, da schießt jetzt keiner mehr. Hoffe ich zumindest. Hahaha. Ja, ja. Das wäre ja ganz schön. So, hier alles aufräumen. Natürlich. Das muss ja schon sein. Das Auto brennt auch vor sich hin. Ja, wunderbar. Das heißt, das Auto ist auch gleich kaputt. Oh, das ist sogar echt richtig kaputt auseinandergeflogen. Und ich glaube, da hinten sind schon wieder irgendwelche Leute am Gürtel. Wartet. Boom. Ey, der lebt noch. Was ist das denn? Nicht mehr lange. Nicht mehr lange war ein Freund. Ah, okay. Ich habe was für euch. Ich habe was für euch, Freunde. Ich weiß nicht, wo das hingeht, aber es geht irgendwo hin. Ja, bitteschön. Nimm das da. Ihr dreckigen Gewichte. Ah, die wollen ja echt, die wollen es aber echt wissen hier, ne? Gut, mit meiner Bazooka können ich natürlich echt nicht so viel an Schaden machen. Oh, öööö. Da sollte ich mich aber schnell heilen, bevor dann auch irgendwas passiert. So, wir schlagen uns hier trotzdem weiter munter durch. Gucken wir mal, wo wir noch so hinkommen. So, jetzt wird geladen. Und dann können wir gleich den nächsten Schuss wieder abfeuern. Da wartet schon wieder einer. Ähm, den machen wir aber ganz gepflegt mit meinem Blitzzauber fertig. So, dann hat der nicht so viel zu lachen. Und... Naja, komm, die kriegen wir auch so. So. Ah, dich da hinten. Dich müssten wir eher umliegen. So. Ähm, ja, würde ich sagen. Hat doch auch schon mal sehr schön hingehauen. Ah, da kommt auch Reiner rein. Müssen wir einmal nachladen hier. Und dann... Nein, Freundchen. Ach, nimm's doch nicht so schwer hier. Guck mal, einmal für euch da hinten haben wir auch noch ein bisschen was. So, und dann gibt's einmal auf dem Platz für euch alle da. Wo kommt die überhaupt da alle her? So, nehmt das. Das hier. Die leben hier alle noch. Und da kommen schon wieder welche raus. Ich hab doch das Haus schon in Brand ges... Ah, jetzt ist das Haus ganz kaputt. Schön. Obwohl ja auch Zeit. Meine Güte. Da ist ein Brunnen. Das ist natürlich auch sehr schön. Die Zeit ist auch bald rum. Aber, ähm... Noch geht's ja. Noch ist die Zeit nicht rum. Bom. Hahaha. Was? Was? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ähm... Hahaha. Du machst aber mich ganz doll fertig. Freundchen. Alter. Na, jetzt brennt er zum Glück. Boah, ist zur Hölle. Was zur Hölle. Was zur Hölle. So, jetzt muss ich dir aber leider den Gnadenschoss verpassen. Boah, ey. Was für ein fettes Vieh. Aua. Das war natürlich echt böse. Seine Waffe kann ich mir nicht mal schnappen. Ähm. Ach, ich hatte schon aufgeladen. Okay. Jetzt habe ich aufgeladen wieder. Jetzt bin ich wieder fit. So. Ähm. Was mache ich da eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Keine Ahnung. Was ich da gerade veranstalte. So, wir gehen mal weiter nach... Äh, halt hier waren wir noch nicht. Ähm. Ach nee, wir gehen erst mal weiter nach oben. Nee, das ist ja falscher Weg. Wir müssen ja nicht hier rum. So, also erst hier lang. Gucken wir uns hier mal um. Ich glaube, es könnte gleich Spaß geben. Oh. Oh, das sind die Gefangenen. Oh nein, 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 oh nein. Das, äh, sollte ich dann doch lieber ein bisschen... So. Da sind sie vielleicht noch nicht ganz in, äh, der Bedrängnis. So. Und hierhin gibt es bestimmt wieder irgendwelche... Oh. Hahaha. Äh, jetzt sollte ich aber echt mich schnell wieder heilen. Ah. So. Freunde. Ach, der steht da sogar schon im Feuer drin. Naja, gut, dann kann er mir ja gar nix, also... Ganz so, ganz so schwer ist es dann ja auch nicht. So, ihr wolltet, was sollt ihr hier? Was wolltet ihr da? So. Meine Güte, ey. Ach, da sind wieder Häuser. Okay. Äh, nein. Nein. auch gleich zerlegt. So. Ja, geht mal schön sterben, Freunde. Meine Güte. Ihr solltet mir echt doch ein Schutzschild zulegen. Das mach ich aber beim nächsten Mal. Denn jetzt ist die Zeit herum und wir müssen die Folge beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.